. Also in meinem Workshop ging es darum, möglichst unsinnige Maschinen zu bauen, die einfach nur Krach machen bzw. schön leuchten. Wir hatten jetzt wirklich ein Projekt Your Experimental City am Start, um, wie man hier sehen kann, möglichst gorillaartige Noise-Konstrukte zu bauen, die man dann in der Stadt im urbanen Raum verteilt und damit in eine Bereicherung gewährleistet. Die Leute, die da waren, haben sich halt mehrere Noise-Kisten, Amplifier, Lichtinstallation, kleine Lampen, alles Mögliche gebaut und haben halt auch vorher auch nie große Grundkenntnisse gehabt. Der eine, Patrick glaube ich, meinte auch, dass er hier in dem Workshop mehr gelernt hat als in fünf Jahren seinem Physikunterricht und das ist doch eine schöne Sache, wenn alle User zufrieden sind. Allgemeine Musik Eingang 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 Eingang